So, da sind wir wieder. Kurze Pause. Weiter geht's. Tobi ist diesmal dabei. Gute Tobi. Gute wie? Du musst halber reinschreien. Ich wollte gerade schon sagen, dreht halt nix. So, wir sind ja wie immer noch hier in der Höhle am aktiven Farmen und ja gut. Ja gut, hab ich gesagt, äh, weiss der Fakt. Hab ich gesagt, dass der Tobi schwul ist? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ohja, Tobi will es nur nicht zugeben. Ja. Für diese Abteilung bin ich nicht zuständig, Mike. Ehrlich gesagt, sage ich schnell, danke. Danke. Äh. Nee, danke. So. Ja. Bin ich gespannt, wann dieses Scheiß-Update rausge- äh, rauskommen soll überhaupt, ey. Was für ein Update? Ja, neues GTA 5-Update kommt raus wieder bald. Aha. Ja. Äh, für PS3 und PS4. Aha. Was war das, glaube ich? Das gibt, äh, drei neue Autos und zwei Flugzeuge. Okay. Aber, die Flugzeuge sind scheiße und schwul. Weißt du warum? Hm. Erstens, der Helikopter ist Gold. Erster Punkt. Der zweite Grund ist, äh, Privat... Privatflugzeug, wo du schonmal geflogen bist, der Schwarze, ne? Ja. Es gibt's auch in Gold. So. Super. Ja. Aber was Gold? Äh, äh, das kostet bestimmt noch mehr wie ein Panzer, oder was? Ah ja, klar. Hauptsache man hat's dann. Ja. Und dann bereust du es danach. Scheiße, ey, ich hab keinen Bock mehr auf die gehabt, da. So. Ah, und die Autos, die sehen auch geil, geil aus. Ich hab ein paar Bilder, äh, gesehen. So davor. Okay. Eine Auto, das sieht aus wie... Ist mir jetzt egal, GTA tut so, ist immer die Marke verstecken. Wie so ein alter Mercedes. Aha. Ah, du kennst doch die ganz alten Mercedes, wo ich doch diese Flügeltüren habe. Ja, ja. Die ganz alten da. Ich komme raus, äh, dann gibt's noch ein Supersportwagen, glaube ich. Und noch ne, und ein Auto, wo so eine spezielle Lackierung kannst du dir da kaufen. Aha. Okay. Und, ja, das ist nämlich das Update. Aber wann es rauskommen soll, ja, weiß man noch nicht. Aha. Also, mehr Infos weiß ich echt nicht. Mehr weiß ich nicht. Hm. Okay. So, wir haben wieder... ...nen neuen Hüllenabschnitt gefunden. Ich hab zwar der Fernseh laut, aber ich hab die Musik ausge... äh, ausgemacht. Du weißt ja wie gewas, ne? Hm. So. Ach, ja, du. 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 Auch, ja. Du. 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 Ich sag jetzt schon am Anfang ne, also die nächsten drei Monate ist für mich scheiss und für das, weil die nächsten drei Monate werde ich jetzt jeden Tag so spät heimkommen. Ah ja. Erst um halb sieben bin ich daheim. Ist auch so. Ja. Kann man nichts dran machen. Ah fuck. Ja. Nur Zeit haben sie auch dumm gemacht ey, aber okay, ich hab das nicht zu entscheiden. Alter ich schwitze im Zimmer hier hat es bei mir fast 30 Grad ey. Ja bei mir auch. Lauf ganze Zeit mit kurzen Turnierhosen rum. Die ganze Zeit schon ey. Morgen soll es ergeblich noch wärmer sein oder was? Mhm. Ach du Scheiße. Ach wie ich Wasser hasse ey. Wieder durchs Wasser tauchen. Ja. Ne. Ach du schwule Skelett. Also. Das ist so bescheuert in GTA von der nächsten Gen, dass dir der Motor abwürgt. bei mir Zentorno ne. Superspot vor allem läuft. Oh man ey. Ah ja. Ne. 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 Stefan. In Stunden. Klarts der auch im Teamspeak auf oder separat mit Skype dann. Skype. Ah ok. Aber das Lenkrad wo er hat alter das ist überhaupt nicht laut. Nein. Alter, wie viel Rohstoffe ich hier einfach mal finde WTF 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 Waaaaa Ha! Das soll richtig abgefuckt sein wenn der ganze Rohstoff alles alles weg Is mein ich aber auch noch vier Diaries gefunden Ja 4 dias das lang glaube ich insgesamt für 3 oder 4 ausrüstung also schwert und so 2 dias ist ein schwert 3 2 ja 2 als geschafft zwei halb dann so ja ich hoffe dass ab der achte neune kühler wird dann mache ich mal fernstoff ja 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 Das war's für heute. So, wir müssten uns mal wieder zwei spitze Äxte machen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Fuck. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.